Allialloha Lotze und herzlich willkommen zurück bei Robertos Kraftos Forestos Pofavora Dingsbombsmos mit Cruelatos und dem Blockos. Los Blockos. Los Blockos in der Labyrinthos, weil wir gehen Verstopfos. Ich mag Blockos Verstopfos. Ja. Interruptos. Blockos Verstopfos ist übrigens, wenn man Legosteine frisst. Wir haben ein bisschen weniger Leute als Sie, oder? Äh, ja. Ich würde sagen zwei. Drei, sechs, neun, elf, zu, drei, sechs, neun. Habe ich gut geschätzt. Ja. Hörst du mal auf, womit zu schießen vielleicht hier? Ja, das ist der, äh... Ja, ja. Nur weil du jetzt ein Heiler bist, meinst du, du könntest jetzt sagen, das wäre der andere, nur weil der Plasma drauf hat und jetzt gerade Plasmakühlchen ankam oder was. Alter, hast du den Arsch offen oder tramsst du mich hier, du Spinner? Mit deinem gekauften Fahrzeug. Geh mal lieber nach Hause zu deiner Mutti und kauf dir Liebe, ey. Ja. Ich hoffe, man konnte den Namen nicht lesen. Naja, okay. Ja, wir schlechen uns einfach mal von hinten ran, würde ich sagen, ne? Uh, sneaky. Wir sind ja hier das Anal-Squad und deswegen kommen wir einfach mal von hinten. Anal-Los Verstopfos. Ja, Leute, Blockos Verstopfos, ne? Legosteine fressen. Erinnert mich jetzt gar nicht an Wolf Wiggum. Weiß, was ich da? Da! Attack hier! Scheiß auf dem... War nur ein Rail Walker, der ist jetzt auch 38-prozentig runtergeballert, der macht nix mehr. Der ist ganz handzahm jetzt auf einmal. Ah, guck mal da oben! Da hoch oben, droben auf dem Heilung. Huuu! Huuu! Ich glaube, ich sollte mal in Deckung gehen. Ja, viel mehr Schuss wird er nicht haben. Kommen wir lieber raus und heilen den anderen Typen da. Huuu! Ha! Es sind zwei Heiler hier, oder? Nur einer. Einer und der Gerät, mein Gegner fahrt gerade in Deckung. Ja, er linzt wieder. Heute gibt's Linsensuppe! Ach, guck mal, da kommen die Gegner. Magst du vielleicht wieder ein bisschen mich heilen auch gleich, wenn ich jetzt hier mal... Ich muss erst mal gerade zusehen, dass ich nicht abgeschwatzt werde. Aha. Ich kann mich da so ganz steuern, glaube ich. Ja, nee. Kannst du mich da noch heilen? Wo bist du? Ja, komm einfach zurück. Ja. Na, hab ich gleich. Ist egal, den muss ich jetzt auf jeden Fall nur kurz eben einnehmen, hier. Was? Der hat doch voll daneben geschossen, jetzt nimm ein. Letzte Chance hier, der hat nur eine einzige Waffe. Stell ich nicht so an. Fahr drauf und nimm das Ding ein. Der kann erst mal nicht. Ja, da war mein Radwecken. Wie auch immer, das war nicht der Oben um den Hügel. Ja, wer denn sonst? Doch eigentlich schon. Der hat einen Sniper gehabt, der kann nicht so oft schießen oder etwa doch. Der hatte gerade noch einen Schutz frei, ja. Ja, wie soll er das geschafft haben? Dann cheatet der, ganz einfach. Ich hasse Arschlöcher. Ranked Battle! Jop. Ranked Battle! Battle Ranked! Ach, ist er schon in den Ring. Enten Ring, Enten Ring. Achso, ne, das ist ja auch schon wieder vorbei. Ja, schaffen wir das doch, meinst du. Die schönste Zeit im Jahre ist endlich wieder vorbei. Welche wäre das? Ja, Jahresende halt, ne? Oh, ich will gar nicht wissen, was gestern alles an Unfällen war, ey. Mhm. War es bei euch auch einfach so richtig krass spiegelglatt geworden? Ja. Alter, es war... Bei jedem Scheiß, bei jedem Scheiß, einfach nur ein bisschen Gelenke, bin ich geschlendert wie sonst was. Ja, bei jedem einzelnen Schritt bin ich einfach fast auf die Fresse geflogen, weil es einfach so alles überfroren war. Also, ich will gar nicht wissen, was deinen Krankenhäuser, äh, Krankenhäuser los war jetzt. Ja, ich glaube auch. Äh, wo willst du lang gehen? Wieder hier? Ja, ja, wieder schön hier durch den Enten Ring, ne? Enten Ring? Alter, wie hässlich du einfach bist, aber einfach mal viel mehr aushält als ich. Ne? Und dabei noch sehr viel hübscher als du. Watt, w- ey. Jetzt aber hier mal. W- willst du das einfach ausrambolen? Ja. Und wie du gerade gesehen hast, hätte ich das fast gewonnen, weil du bist einfach mal weggeglitscht. Ja, ich kann immer noch flippen. Ja, hier nicht. Wenn ich liege, dann liege ich. Ja. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, ne, meins auch nicht. So wie er hier. Wieder Over, Lord Overwolf. Da kommt was. Kannst du ja schon mal auf Heilen einstellen. Da oben stand einer, hab ich gesehen. Ich fahr, er fährt geradeaus, ich fahr rechts. Ja, ich sehe, hab sie alle auf dem Radar. Ein Heiler und ein SMG. Ja, komm, geht's. Ja. Ja, ne, ich geh mal, ich geh mal meinen Roboter gerade mal überarbeiten. Ich glaub auch. Ja, der war ursprünglich für T2 gebaut. Toll, das war ein Ranked Battle. Hm, wo bin ich denn jetzt? Ach, guck mal, schau, bei 4 Millionen nur noch. Supi. Robert. Was waren wir jetzt, T7 oder was spielen wir jetzt? Ne. Wow. Hat er denn 6 oder was? Ja, der hat jetzt 6. Ja, gut. Aber du bist noch im Battle, oder? Ja, natürlich. Ja, dann mach ich jetzt selber eins hier. Was macht der denn? Auf der Fresse kriegen, sterben, dann Hilfe brauchen. Sag mir. Ich sehe es gerade nicht, Mausi. Ich bin in der Garage. Warten auf den Entenring, schalalalala. Ich bin jetzt wieder, ich bin tot. Ja, dann warte ich. Dann, äh. Ja, komm mal jetzt. Soll ich vielleicht dann auch wieder T6 gehen, oder was soll ich jetzt hier machen? Ja, bitte T6. T6 soll ich für dich machen. Einfach so. Also du erwartest jetzt gerade von mir ernsthaft alles? Ja, genau das tue ich. Okay. Ja. Mach ich nicht. Doch. Ne, mach ich nicht. Warum nicht? Ich stehe nicht auf so einen Schweinskram. Er stellt das nicht immer wieder an, ey. Nein. Nein. Ja, gut, dann, äh, nehme ich nur die T6 Heilungsdinger. Dann steht es da wie gerade so. Vollidiot, aber... Gibt uns auch Heilungsdinger, schön. Achso, wir sollen uns also dann gegenseitig kaputt heilen, oder wie? Ja, natürlich. Ich meine, ich kann natürlich auch wieder mal SMGs dranhauen. Was ist T6 eigentlich für eine Lappengruppierung? Jetzt habe ich alle Heilungsdinger mal runtergenommen. Also ich habe jetzt keine Waffe und bin immer noch, äh, fett in T7 drin. Ja. Super. Kann ich auch genauso gut die Dinger wieder drauf tun. Ich komme mit dem nicht runter auf T6. Geht nicht. Es ist äußerst schade. Es sei denn, ich nehme die Dinger runter. Nö, auch nicht. Ja, und sagen wir doch mal ganz ehrlich, also du kriegst doch eh nix getreten, ne? Also... Bitte? Hat man doch gerade gesehen. Also das war ja auch mehr irgendwie jetzt ein Krampf als alles andere, ne? Also mehr ein Krampf als ein Kampf. Bitte? Ja, was denn? Was, was möchtest du jetzt von mir? Ich wollte dir sagen, dass du der beste Heiler bist, den ich je gesehen habe. Ah. So muss das. Das war ein Glück, der ich mich für T7 entschieden habe. T6 ist ein bisschen voll gerade. Das ist schön. Ich bleib noch auf T6, ne? Ist so. Ja, du kannst ja nicht T7. Nö, das ist richtig. Oh, guck mal, da drüben, der Leo. Oh, haren, ne, was niedlich, nö. Ah, Robo 3. Lass uns mal, lass uns mal den Leo bumsen. So. Warte mal, hieß Napalm nicht, Leo? Äh, keine Ahnung. Aber Ela, was ziehst du denn eigentlich schon wieder den Mund weg? Ach, guck mal, spinne. Musst du weinen? Sieht ja auch cool aus. Ich bin ja, ich sehe keine Spinne. Achso, mich meinst du? Ja, ja, nee. Du siehst einfach nur, wie... Ich kenne jetzt aus. Nein, das ist cool. Ja, ja, genau. Mach dich kaputt. Was denn? Wie denn? Kannst du mir mal aus dem Weg gehen? So. Du hast den Walker gesehen, die ich gespottet habe, ja? Magst du den angreifen? Angreifen geht mit Schießen. Ne, wollte ich nur so anmerken. Ela, der ist inkontinent. Ela, der Typ ist doch nur kack je. Kack je, yes, 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 yes. Da kommt was, ne, übrigens. Hast du gesehen? Ist gespottet. Nö. Ja, dahinten, deren Basis, vielleicht, ist richtig. So weit ist der weg? Oh, fuck. Kommst du ein bisschen zurück, da sind viele. Haben wir doch einen Heiler? Ja, zwei Stück sind auf dir drauf schon. Also brat sie weg. Ja, nein. Deren Heiler. Ja, gut. Ach ja, deren Heiler gerade. Gut. Nur leider heilen dich gerade zwei Heiler komplett und du kriegst immer noch nicht geschissen. Okay, du bist T-ja, T7 und so. Ja. GG und so, ne? Ja. Hm. Dziękuję. Okay. 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 Um. Okay. Huh. Okay. Um. Ich glaub ich hab den Flipper abgebaut, kann das sein? Was hast du abgebaut? Den Flipper. Boah, kann sein. Boah, aber die krieg ich jetzt noch. Diese kann sich ja hier nur um Stunden handeln. Äh, ja, krieg ich sie noch, genau. Ey, spring da hoch. Du hast ihn noch so viel. Das weiß ich. Ich freu mich auf, was dieser Spakulant da oben gemacht hat die ganze Zeit mit seinem Walker. Den ich grad noch geheilt hab. Steht der immer noch da auf dem Berg? Ja sicher, klar. Ah. Land? Ja man merkt halt einfach, es funktioniert nicht besonders gut, wenn man sich nicht auf sein Team verlassen kann. Boah ich mir nicht weiter mit an. Ja, ich nehm ich auch nicht. Ich äh, äh, doch warte mal, ich warte einfach. Nein, ich warte nicht. Du kannst echt den höheren Tees glaub ich wirklich nur gewinnen, wenn du wirklich in einem 3er Platon zusammenspielst oder einem 4er. Ansonsten bist du halt echt aufgeschmissen. Nur so kannst du wirklich effektiv irgendwelche Gegnergruppen zermürben. Ansonsten macht irgendeiner sowieso was, weil du nicht mit dem reden kannst und so weiter. Und dann war es das sofort. So, was spielen wir denn jetzt noch? Warte mal, 13,20 würde ich sagen, machen wir hier gerade erstmal einen Cut. Das lohnt sich jetzt grad sowieso nicht, jetzt nochmal eine Runde einzulegen. Das passt nicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben, Kommentare lassen. Und, äh, ja hoffen, dass irgendwann auch mal ein gescheiter Mitspieler ankommt und nicht nur der Crew. Also, wir sehen uns. Tschüss!